Der nächste legendäre Stein befindet sich auf dieser Welt mit den Koordinaten, die dort im weißen Feld eingegeben sind. Und von oben sieht es wie folgt aus. Ganz nah an dieser Diamantenwelt ist also eine kleine Insel. Und dort befindet sich der nächste legendäre Stein. Der 1x2x3 Schräge Stein. Das war's. Ich hoffe euch hat dieses Video geholfen und bis zum nächsten Mal.